Musik Moin moin, wir sind hier gerade mitten auf dem Bremer Marktplatz. Es ist der Wahnsinn, wer alles gekommen ist. Über 500 Freie Demokraten sind hier zusammen. Wir stehen zusammen und ihr seid wirklich ein Signal, dass Bremen es schaffen kann. Wir werden die nächste Woche nochmal richtig Gas geben. Und wir stehen dafür für beste Bildung, für eine florierende Wirtschaft und vor allem für eine Armutsbekämpfung. Deswegen geht am 10. Mai zur Wahl und unterstützt uns. Gebt uns eure Stimme, Freie Demokraten in Bremen. 5, 4, 3, 2, 1, GO! 2, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO!